und da war noch schneefink kiewits enkelsohn dieser weißblonde schmalgesichtige junge war ihm zum erstenmal aufgefallen als er bei einem der feste unter der türe saß und spielte damals lebte er schon seit einigen jahren in dem bergdorf und hatte sich daran gewöhnt daß ihm kaum einer zuhörte deshalb war er auch auf diesen weißschopf aufmerksam geworden während die anderen jungen unter den tanzenden umhersprangen oder sich irgendwo am rande des trubels prügelten stand dieser weißschopf einige schritte von ihm entfernt auf dem dorfplatz und hörte ihm zu er schien kaum zu merken wie ihn die anderen anrempelten oder ihm spottworte zuriefen weil er sich nicht an ihren kämpfen beteiligte sondern gab sich der musik auf eine weise hin die ihn all das toben und springen ringsum vergessen ließ und auch wenn lauscher sonst nur so für sich allein ein bisschen flötete konnte er sicher sein daß nach kurzer zeit dieser junge wie aus dem erdboden gewachsen dastand und an dieser stelle blieb bis nichts mehr zu hören war anfangs hat er nicht gewußt wer dieser junge war das erfuhr er erst als kewit ihn eines tages ansprach während er die mit speckstücken geschmelzte buchweizengrütze aß die sie ihm gebracht hatte ich habe da einen enkel sagte sie schneefink heißt er und er ist ganz verrückt nach deiner flöte sobald er dich spielen hört lässt er alles stehen und liegen und läuft hierher um ja keinen ton zu versäumen ist das so ein weißblonder schmaler junge fragte lauscher ja sagte sie er ist ein bisschen schwächlich und hat allerlei auszustehen von den rotschöpfigen rüpeln hier im dorf ich habe mir schon oft sorgen gemacht was aus ihm werden soll zu irgend so einem raubein von schädelspalter wie die anderen männer hier wird er sich wohl nie auswachsen und ich habe mir gedacht ob er nicht vielleicht ein flöter werden könnte was meinst du dazu lauscher hatte nichts einzuwenden gehabt und so war er auf diese weise zu einem schüler gekommen der ein eifer selbst döli übertraf schneefink trankte die musik geradezu in sich hinein und es zeigte sich bald dass seine finger die griffe auf der holzflöte die lauscher ihm aus seinem vorrat geschenkt hatte fast wie von selbst zu finden wussten lauscher war langsam vorangegangen bei diesem unterricht denn er hatte ja unendlich viel zeit doch in den paar jahren die seither vergangen waren hatte es schneefink zu einer meisterschaft gebracht die ihn anderswo schon längst zu einem begehrten spielmann gemacht hätte hier im dorf jedoch galt er nur als spinner der zu keiner vernünftigen tätigkeit zu brauchen war inzwischen war er zu einem mageren burschen aufgeschossen der kaum wußte wo er seine schlachsigen arme lassen sollte solange er keine flöte zwischen den fingern hatte an diesem abend nun von dem anfangs die rede war hatte lauscher seinen schüler eine weile unterrichtet und ihm wieder ein paar feinheiten mehr beigebracht etwa auf welche weise man einen zornigen zur besinnung bringen oder einem ängstlichen mut zuflöten kann da hatte er schneefink nach hause geschickt um nach eine weile allein unter der tür zu sitzen und zuzusehen wie die sonne unterging diese bizarre landschaft die ihn anfangs erschreckt hatte war ihm mittlerweile so vertraut geworden dass er ihren anblick nicht nur ertragen konnte sondern sogar etwas von ihrer wilden schönheit zu empfinden gelernt hatte während er nun so da saß und beobachtete wie auf den felswänden die scharf abgeschnittene grenze zwischen dem rot-violett schimmernden bereich und dem stumpfen grau des gesteins darunter langsam nach oben wanderte kam über ein schon längst im schatten liegendes schuttkar ein kleiner schwarm von bergtonen herangestrichen und ließ sich auf dem dach seiner hütte nieder das war nichts ungewöhnliches denn quitt warf ihnen oft ein paar brotkrummen oder sonstige essensreste auf den vorplatz aus denen sie sich dann das beste herauspickten auch an diesem tag hatte sie das getan ehe sie nach hause gegangen war und nun flatterten ein paar von den dohlen vom dach herunter um zu begutachten was dort für sie bereit lag sobald der aufsteigende schatten die letzte bergspitze verschluckt hatte und nur noch der himmel darüber mit schmutzig roten und tief violetten streifen gebändert war wendete lauscher seine aufmerksamkeit den dohlen zu die mit schiefgelegtem kopf die auf dem steinigen boden verstreuten brocken beäugten sie hatten es nicht eilig denn im sommer gab es hier genug für sie zu fressen besonders schmackhaft ist das ja alles nicht was die leute hier essen sagte eine von ihnen lauscher bemerkte daß diese dohle eine winzige weiße feder über dem schnabelansatz hatte was ihr ein gewissermaßen pfiffiges aussehen verlieh nun ja sagte eine andere ich habe auch schon besser zu abend gegessen aber man muß ja allein aus höflichkeit ein bisschen zupicken damit die alte frau nicht enttäuscht ist wenn morgen früh noch alles da liegt wo warst du denn im winter weiß feder dass du so große ansprüche stellst in der gegend von naziak sagte die angesprochene seit die leute dort die reste der beutereiter bei sich aufgenommen haben können sie wieder ungestört ihrer arbeit nachgehen und ihre schönen schmuckstücke mit gutem gewinnen selbst verhandeln das merkt man allein schon daran was dort alles auf den tisch kommt da braucht man im winter nicht zu darben und kriegt wieder einmal feines weißes brot zu kosten oder sogar bratenstückchen und dergleichen genuss happen das muß ich mir merken sagte die andere als damals dort unten mord und totschlag herrschten habe ich mir ein anderes winterquartier gesucht also leben die leute dort alle wieder glücklich und zufrieden die meisten schon sagte weiß feder nur die herrin arni luca hat das lachen verlernt und auch ihr mann belarni kann nicht mehr recht froh werden sie machen sich beide sorgen wegen ihrer ältesten tochter jetzt kamen auch die anderen dohlen vom dach heruntergeflogen und sammelten sich um weiß feder was ist mit der tochter fragten sie durcheinander weißt du eine geschichte erzähl doch erzähl lauscher war nicht weniger gespannt darauf als die dohlen was weiß feder zu berichten hatte er wagte kein glied zu rühren um die vögel nicht zu verscheuchen und dann begann weiß feder auch schon mit ihrer erzählung mit dieser tochter sagte sie hat es etwas merkwürdiges auf sich sie ist über die maßen schön hat nussfarbenes haar und augen deren farbe man kaum beschreiben kann sie ist auch sehr freundlich zu allen und geschickt zu jeder art von beschäftigung aber sie kann nicht reden wie die menschen ihr könnt euch wohl denken was es für ein kummer ist wenn eltern mit ihrem leiblichen kind noch nie ein wort haben sprechen können weiß man denn woran das liegt fragte eine der dohlen weiß feder schwieg eine weile um die spannung zu erhöhen und dann sagte sie die eltern wissen es jedenfalls nicht denn sonst hätten sie gar nicht erst versucht das mädchen auf jede nur denkbare weise zum sprechen zu bringen aber du hast es herausbekommen rief die andere dohle und die übrigen schrien jetzt alle wieder miteinander erzähl doch erzähl weiß feder blickte sich im kreis um ob auch alle richtig zuhörten und dann sagte sie ja ich habe es herausbekommen wenn ich auch nicht alles verstanden habe was mir zu ohren gekommen ist es steckt ein zauber dahinter und das habe ich erfahren als ich im frühling schon auf dem rückweg in die berge war ich flog dabei über das flache grüne tal in dem die leute von artiak ihre pferde weiden lassen dort entspringt am oberen talende eine quelle an der ich trank ehe ich mich zu einer kurzen rast auf dem riesigen ahornbaum niederließ der über der quelle seine äste ausbreitet während ich dort saß glitt ein schatten durch das junge laub und als ich aufblickte sah ich einen falken am himmel seine kreise ziehen ich hielt mich ruhig unter den blättern damit er mich nicht entdeckte aber eine maus unten im gras war nicht so vorsichtig ehe sie sich versah stürzte der falke wie ein pfeil auf sie herab und packte sie mit seinen klauen ohne sie jedoch gleich zu töten die maus quiekte gellend vor schreck und sagte dann du hast mich gefangen also mach schnell damit ich es überstanden habe doch der falke nahm sich zeit und das vielleicht gerade deshalb weil die maus nicht um ihr leben bat sondern sich tapfer zeigte das gefiel ihm wohl nicht warum so eilig sagte er ich habe zeit und mir ist langweilig wenn ich immer so allein unter dem himmel fliegen muss ich will mit dir noch ein bisschen unterhaltung machen wie wärs mit einem rätselspiel wenn du gewinnst lass ich dich laufen er hielt die maus weiter unter seiner klaue fest doch die ließ sich nicht einschüchtern sie hob den kopf und schaubte dem falken ins gesicht und erst da bemerkte ich dass er grüne augen hatte der maus fiel das wohl auch auf denn sie sagte mit dir hat ja schon einmal einer aus meinem volk gesprochen mir soll's recht sein wenn mir die ehre zufällt dir noch einmal zu zeigen daß mäuse vor deinesgleichen nicht gleich den verstand verliere der falke wurde ziemlich wütend als er das hörte aber da er das rätselspiel nun schon angeboten hatte konnte er nicht mehr zurück und sagte dir wird dieses hochtrabende geschwätz schon noch vergehen wenn du meine drei rätsel hörst zum ersten also er ist ein räuber und doch kein räuber er ist ein sohn und doch kein sohn er ist ein vater und doch kein vater wer ist das jetzt fing die maus wahrhaftig an zu kichern das ist doch einfach sagte sie wenn du keine besseren rätsel weißt ist mir mein leben sicher du meinst belani er ist ein beutereiter und war doch nie auf beute aus er galt als sohn hunlis ist aber nicht sein sohn er hat sich arni lucas tochter wie ein vater angenommen ist aber nicht ihr vater der falke zischte böse du schlauer winzling keifte er woher weißt du das alles man kommt nicht nur auf flügeln in der weltgeschichte herum sagte die maus und außerdem haben wir eine vorliebe für geschichten und hören aufmerksam zu wenn einer etwas zu erzählen weiß wie lautet das zweite rätsel das bekommst du nie heraus sagte der falke gib acht der vater spricht mit ziegen die mutter mit fischen kein wunder dass ihr kind stumm ist kannst du das lösen nichts leichter als das sagte die maus vergnügt du meinst das mädchen urla das nicht reden kann wie die menschen obwohl seine mutter sogar mit fischen spricht hängt das vielleicht damit zusammen daß urlas vater noch boxfüße hatte als er mit arni lucas schlief der falke kreischte zornig als er merkte daß er mehr verraten hatte als er gewollt hatte und war drauf und dran der maus den chaos zu machen doch die rief willst du dir nachsagen lassen daß du zu feige warst ein rätselspiel zu ende zu führen sag mir das dritte und dann bring mich um wenn ich keine antwort weiß das wird mir ein ganz besonderes vergnügen sein sagte der falke und antworte schnell denn meine geduld ist erschöpft pass auf beslut schifft 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 Vielen Dank.